Hallo, herzlich willkommen. Wir dürfen euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von ARK. Ja, und jetzt schauen wir einmal, ob wir den Basilo kriegen. Tschüss, bis gleich. Oh, ihr Lieben, hallo und moin moin. Ja, hier ist ein Hai, ein Ichchiosaurier. Entschuldigung, ich wollte Frank Delfil fressen. Ich suche jetzt gerade den Spock. Wo ist denn der Spock? Oh, ungefähr bei 80, 10, ne? Der wird beschäftigt sein. Ja, 80, 10. Ich liebe wieder, wer landet? Das ist ja drin, hier irgendwo. Aber das geht doch gar nicht. 80, 10 kannst du gar nicht sein, das ist Land. So ungefähr. 80, jetzt habe ich 9, dann müsstest du jetzt hier unten bleiben. 80, 10 ist Wasser. Ah ja, okay, alles klar. Ich traue mich nicht. Ich bin bestimmt hier so ein großer Böser. So, ich werde den mal laden. Okay, kommt dann, wir müssen weiter. Oh, da sind Perlen. Interessieren. Interessieren jetzt nicht. Ich habe gerade kein Feind in der Nähe. Verführerisch, ne? Ja, wir brauchen die ja auch. So, wo bist du? Nein, wo bist du? Hey, wo bist denn du? Oh, scheiß Gott, Jock. Beiß ihn! Beiß ihn! Yo! Wer kriegt Knubschpatt. Hast du den jetzt irgendwie am Haken oder was? Wo hast du den Bock? Den bin ich positiv am Zähmen. Ach, der ist schon am Zähmen. Warte mal, da muss ich mal schauen, ob ich dich jetzt finde. Ich will mich nur hier nicht gleich wieder umnieten lassen von irgendwas Bösem. Zu meinem Glück 80, ne? 80. Ich glaube, da sind die Bösen. Also genau bin ich bei 79,5 zu 0,8,3. Okay, 59. 79. 79 schon, ne? Und das muss ja dann... Hey, wer bist du denn? Guten Tag. 79. Jetzt haben wir 5, ne? 79,5 zu. 8,4. Jetzt 0,9. Äh, 09. Ja, das sind Kriterien. Weil ich muss mich ja ein bisschen bewegen. Ja, ja. Das ist mir so klar, dass wir den Schwimmen machen können. Weil der Flüge stimmt ja hier rum. Äh, ja. Das ist nicht der Fall, der ist ja. Das ist nicht. Ja, wie gesagt, passiv. Also nicht K.O. schlagen, sondern hinterher schwimmen und wenn er hungrig ist, den was zu fressen geben. Ach so. Ach, ist er noch besser. Okay. Ach nee, das ist schon wieder zu weit. Ach nee, das ist schon wieder zu weit. Hm. 78, ne? Irgendwas. Ist vor dir schon, schon dieses Gebiet, wo der Strand, also der flache Gebiet ist? Äh, ich sehe hier oben an der Oberfläche einen toten Fisch übers Wasser schweben. Äh, 76,6 zu 0,9,9. Ja, ich sehe da oben was, äh, relativ ruhig schwimmen. Ich glaube, da bist du. Ah ja, da bist du. Jetzt habe ich nur den scheiß, das scheiß Fischlieferer aus den Augen verloren. Hier oben, oben ist was, ne? Was suchst du denn? Ja, was suchen wir denn? Ja, hier oben scheinen Basilo zu sein. Ist er vielleicht schon gezähmt jetzt? Hat er es schon? Ne, ne. Okay. Dann nochmal Fisch geben oder Fresschen geben. Was braucht der Fisch, ne? Ah, ich hab da meinen. Gut. Ja, ich hab ihn gerade eben mit, äh, gegrilltem Fisch. Mit gegrilltem Fisch. Äh, gegrilltem, äh, Fleisch. So, Entschuldigung. Ja, ja. Der hat noch keinen Hunger. Ach so. Ich habe auch noch einen zweiten, der ist etwas rechts von uns. Ja. Dann haben wir ja zwei. Allerdings noch eine, äh, intakte Eskorte. Ach so, die müssen wir jetzt wegmachen. Jo. Äh, ich glaub, das sind wir dem Schlimmerdum. Muffe. Sind wir froh. Ja, ich weiß nicht, ob ich das mit dem, dem Dings hier hinkriege. Warte mal. Das Team macht das schon. Muss nur drauf bleiben. Dürfen gar keine Kriterien in der Nähe sein. Ja. Dann gehst du, mach so einen Abgang. Okay. Okay. War der unten weiter am Boden? Dein, dein Fisch, äh, dein Basilio? Äh, relativ, ja. Ja. Also, ich näher mich wieder mit ihm, mit dem, äh, Richtung Grund. Ja, okay. Ich bin mal wieder hoch. Und ich bin schon recht weit unten. Ich find hier grad nicht. Äh, 74,1 haben wir übrigens. Ja, 74, okay. 88,2. 88,2. Ja, das geht ja relativ schnell. Unter Wasser. Ja, ich suche nur, da ist ein ruhiger Fisch, da bist du auch dabei. So, und jetzt müsste ich nach links, wenn ich das richtig sehe, ne? Von der Küste aus gesehen. So, ist es unserer. Hurra! Warte, ich geb den Sattel. Oh, äh. Oh, Moment. Sattel raus, Sattel raus. Fallen lassen. So, hast du? Jo. Oh, cool, da haben wir doch schon einen. Wie heißt denn das, der Mörder? Ja, oh, Moment, der hat aber einen Namen. Ich hätte ihn Mörderly genannt. Mörderly, ja. Ah, da liegt man fast drauf. Ja, das ist ja cool. So, jetzt den anderen, wollen wir den anderen gucken? Na ja. Und, 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 und wo ist unser Borstenmaul? Ich schwimm irgendwo in die Richtung, wo ihr seid ungefähr. Ja, wir sind so auf halb, du guck mal da oben, Spock, über uns. Oder ist doch einer, ne? Das scheint einer zu sein. Ist das einer? Ist er, der ist vielleicht sogar? Nee, das ist ein, äh, Ich-Dursaurus. Ist das der eine? Bleibst du wohl hier? Ja, ich bleib hier. Aber der hat ganz viel an der Seite da schwimmen, ne? Ja, ist eine Eskorte. Ist es aber gar nicht so einer, oder doch? Doch. Ist das so ein Basilo? Jo, jetzt wird ein Schaden gemacht. Ja, ein bisschen was gucken hier. Da hier hinbleiben. Das hätten wir ja cool, wenn wir noch einen dritten dann finden würden. Ja, wir sind hier Aufpasser. Also, geht näher nass. Ei, wenn weggeschnuppt. Ist das ein Hai? Ja, egal. Natürlich. Wie sieht es denn aus? Glaubt es? Ja, ja. Prima. Huch. Oh, ich bin auf die Taste gekommen. Äh, Wanderer, wenn du willst, kannst du den übernehmen, der da schon gezähmt ist. Ja, okay. Das heißt, den müsste ich gerade mal folgen lassen, ne? Ob ich denn da nah genug rein. Ach so, äh, ich bräuchte dann noch den, äh, Sattel. Ja. Ja, ich komme mit dem zweiten. Ich habe noch einen dabei. Ähm, ich muss doch gerade mal gucken. Ähm, ich muss doch gerade mal gucken. Ähm, so, jetzt. Ich werde den mal einfach hinterher ziehen, weil ich habe im Moment Folgen aktiviert. Okay. Komm. Komm hinter uns her. Komm. Komm. Das klappt. Jetzt muss ich gerade gucken, wo bist du denn jetzt gerade? Ich planche hier im Wasser rum. Relativ flach bei dir? Äh, ich bin ziemlich unter der Ober, ähm, kurz vor der Wasseroberfläche. Ja, okay. Weil, da kommt mir ein bisschen ein Stück nach oben. Unter mir ist so ein Knochenhai. Ja, Moment. Ich mach mal Schaden. Ja, äh, ich sehe nichts. Ja, jetzt. Ich muss mich hier auch erst mal ranschleichen. Schleich mal. So, jetzt. Nee. Vielleicht bin ich schon zu weit oben. Kann natürlich auch möglich sein. Na, die Entfernung sieht man ja leider nicht schlimmer. Kannst du mal in etwa gucken, welche, äh... Ja, Moment. Position das wäre? 73,9 zu 0,9,7. Okay, 0,9,7, okay. 0,9,4, 0,9,5. Ja, ja. Ich sehe euch, glaube ich. Und da kannst du auch das Vieh dann umbenennen. Den, äh, Mörder. Ja, wir haben mal gucken. Komm mit. Was bist du denn überhaupt? Ein 43er bist du. Und, was hast du Schönes? Ein 12er. Weiblich. Och. Und paar... So, jetzt müssen wir noch für Mandi was finden. Warte, ich gebe dir noch mal einen Sattel. Ja, ja. Schmeiß den einfach raus. Ich sammle den dann gleich ein. Ja, warte. Ich kann das, glaube ich... Ja, ich bin bei euch. Ja, okay. Ich lass fallen, ne? Jo. Hab rausgeschmissen. Jo. Über dir? Jo, da. Ja. Okay. Prima. Komm schön nach oben. Okay, dann brauchen wir einen dritten noch, ne? Ihr könnt ja schon mal rumschwimmen und einen suchen. Ja, okay. Soll ich denn mal Tim übernehmen? Wenn du das machen würdest wollen, dann wäre cool. Ich habe jetzt gerade den Tim losgelassen. So. Wir schwimmen einfach mal weiter Richtung Norden. Wo hattest du den etwa gefunden? Auf welcher Höhe? Ja, die schwimmen mal oben, mal unten. Also da gibt es keine bestimmte. Eigentlich müsste man die sehen, weil die ja dann in der Gruppe schwimmen. Genau. Ja. Also wenn du ein riesen Vieh siehst, was von Rochen begleitet wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein Basilosaurus ist. Hier zum Beispiel. Hier ist einer. Assein? Ja. Ich glaube, das ist eine relativ einfache Möglichkeit, die Eskorte loszuwerden. Du musst einmal direkt vor deren Nase dran vorbeischwimmen. Ja. Dann lösen sie sich von dem Basilosaurus und dann kannst du die dann gemütlich abschlachten, ohne den Basilosaurus zu treffen. Ja, klappt. So, hier brauchen wir nur noch zwei. Warte. Wo ist der andere? Moment. Der ist da oben. Okay. Du kommst klar da unten, ne? Ja, ich muss die eben platt machen. Ich habe den im Blickfeld, der ist nach oben geschwommen. Ja, gut. Dann haben wir ihn ja jetzt. So. Und dann steige ich mal ab. Ist Tim noch auf Folgen zu dir? Nee, musst du machen. Musst du machen. Dass der dir folgt, meine ich, oder so? Ja, ja. Nee, musst du einstellen, bitte. Ach so, warte, muss ich machen, ne? Ja, warte, ich steige ab. So, dann kannst du ihn anpfeifen. Ja. So, wo ist er? Oben und, äh, links von dir, links von dir. Warte, da oben. So, Waffe weg. So, jetzt komm du mal her, Tim. Tim, geh uns nicht verloren. Ich habe, ich bin sowieso schon beschrieben, dass ich immer alle Baris verliere. Komm mal her. Und dann E drücken. So, ich mach mal Verhalten auf Folgen aktivieren. Es geht an, dass ich weiß. Aber so ist es für mich einfacher. Hast du, hast du den gefunden? Ja, ich habe den gefunden und ich habe auch Fleisch zum Füttern. Äh, roher Fisch. Aroha Fisch. Mh. Ist das ja doch fehlerhaft. Nee, du kannst noch mit beidem, äh, füttern, aber bei Rom Fisch ist es, äh, halt schneller. Ach so. Ach so. Ach, da oben sind sie. So. Ja, weil, scheint ja zu klappen. Ach, der ist noch nicht ruhig. Ich hatte ja die Befürchtung, dass wir da lange suchen müssen. Ja, hat ja gut geklappt. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Dann müssen wir uns so... Boah, 27 Punkte. Ich musste immer auf Leben, ne, Gesundheit. Na, kam auf jeden Fall weiter viel. Ein bisschen tragen, aber nicht so viel. Äh, 1000, 1500. Ja, würde ich sagen. Das Doppelte von dir. Ja, das wäre der, wenn der halbwegs beladen ist. Ja, wäre dann aber 4000. Ausdauer müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ja, so. Äh, Bewegungsgeschwindigkeit wäre auch nicht schlecht. Und das könnte zum Maße Hand legen, so. Äh, wo seid ihr jetzt? Etwas weiter, äh, äh, hoch noch, die Küste hoch. Moment, ich sag, sagt ihr Koordinaten? Ja, bitte. 69,3 zu 0,79. Äh, 0, also 7,9. Oh, geht's mir denn so schlecht? Ich glaube, ich muss mal auftauchen. Nehm' ne Super Notfalls. Ne, warte, ne, ist nicht. Aber du hast ja, aber du hast ja Tauchermaske. Äh, äh, du hast ja Zertemperke. Ja, ja, die ist auch eigentlich in Ordnung, wie weit ich das sehe. Ähm, das geht um den... Ach so, ne, das ist nicht meine Gesundheit. Das ist, äh... Gesundheit von dem. Basi. 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 Basi heißt, war einfach bei mir. So. Ja, alles gut hier? Ja, überwacht die Umgebung nach Viechern. Ja, ja, das mache ich. So, Arme ändern. Du bist einfach nur... War das männlich oder weiblich? Männlich. Basi. Basilo. Basilo. Einfach Basilo. Ich bin da etwas einfallslos gerade. Aber das macht nichts. Oh, das dauert aber lange, bis der wieder Hunger hat, hm? Äh, die ersten zweimal ja. Und dann wird's immer kürzer. Nur, wenn du das Fleisch gibst, dauert das nochmal länger. Irgendwann müssen wir auch Tuso Teutis. Äh, ich habe nämlich keine Tentakel von dem gefunden. In den Kisten. Wir müssen ein Tuso Teutis später mal... Jo, auf jeden Fall braucht er noch ein bisschen Geschwindigkeit. Das ist definitiv zu langsam. Oh, wo ist er jetzt? Könnten wir eigentlich mal... Hier ist scheißtrübe Wasser. Wo ist er jetzt? Kommst du klar? Ich sehne nicht. Wo ist er? Äh, Moment. Ah, ich glaub da hinten. Ah, ich hab nur wieder... Nee, da hinten, ne? Nee, das ist er nicht. Moment. Du musst nach oben. Du musst nach oben. Oben. Der ist ziemlich weit oben. Andere sind diese Steinfische oder so. Weiß ich, wie die heißen. Ach klar. Ich glaub hier oben ist einer. Nee, das ist er nicht. Scheiße. Ach, da ist er, glaub ich. Ja, ich hab nur wieder. Äh, Wanderer? Ja, ich bin grad im Kampf, Freund. Was denn? Äh, mach mal grad die Karte auf. Moment, ich muss mich grad an etwas näher ans Land bewegen, weil ich hab hier ein paar kleinere. So. Ja, ich glaub da geht's. Okay? Ja. Und dann sagst du mir mal bitte, äh, nochmal die Koordinaten. Realzeit. Ich kann... Ach so, da ist die Karte. Äh, wir sind bei... Ich kann dir das besser vom Ding sagen, weil ich kann die Karte da an der Stelle jetzt schlecht sehen. 67,9 zu 9,6. Da stehe ich im Moment. Und... Dem Tim und... Und... Und Manni ist ein Stück weiter... Weiter im Meer. Wer hat dich angegriffen? Ja, durch irgendein Rochen. Aber es ist nur einer. Ich bin zu weit weg, um die Abstelle. Ich könnte versuchen. Ich glaube... Nee, das ist so... Komm, wir fliegen, schwimmen da mal rüber. Also, ich schwimme jetzt zu... Ich glaube, ich habe euch. So, wo ist er jetzt? Jo. Ist weg. So, wo ist er wieder, mein Kumpel? Oben. Über dir. Nach da hinten. Siehst du uns? Jo. Tim ist auch hier, an meiner Seite. Ah ja, da bist du. Jo. Was ist mit... Wo kommt das Rote her? Hat er gerade was gefressen? Ja. Ach, diese Fische da, diese... Anglerfische und was das ist. Nee, wenn du dem was zu fressen gibst dann... Ach, dann wird das so eine Rauchwolke? Jo. Ah ja. Ich könnte ja eigentlich mal gucken... So, ich hab ne... Das sind wir alle zusammen, ne? Jo. Jo. Ähm. Wer nennt er sich denn? Genau. Weiß ich denn. Okay. Dann haben wir sie ja alle. Jo. Guck gut, ne? Ich würde sagen, wir schwimmen erstmal nach Hause, ne? Damit wir Tim nach Hause bringen können. Ja. Ach so. Und Pelle müssen wir dann rufen. Ja, okay. Das war ja hier kein Problem. Ähm. Seid ihr schon unterwegs, oder wo seid ihr alle? Nö. Ich hab euch grad zwei Haie vom Arsch weggeholt. Aha. Ich seh dich von nicht. Bist du weit da unten? Nö, ich bin auf deiner Höhe. Wenn du das bist mit dem Bari im Schlepptaum. Ja, das bin ich. Ich bin, also... Von dir aus gesehen müsste ich jetzt links sein. Links vor dir. Weil du bist rechts vor mir. Ja, ich hab euch auf jeden Fall... Ich bin nur in eurer Gruppe. Ich bin bei euch. Ah, da oben bist du. Ja, okay. Das ist... Und da bist du auch. Eine, okay. Gut, schön bei nach Hause, ne? Ja. Ja. Das wird lustig, Leute. Jetzt haben wir endlich den richtigen... Äh... War doch gutes Teamwork. Haben wir doch gut gemacht. Ja. Ich hoffe, der ist wirklich... nicht so anfällig. Das wird die, äh... Können wir ja mal ausprobieren. Kitzeldinger da, äh... Willst du jetzt schon ausprobieren? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, das stimmt auch wieder. Meiner kann im Moment nicht kämpfen. Der ist immer noch, äh... Gesundheit rötlich. Ich hab den hochgelevelt. Hat nur die Hälfte im Moment. Ein bisschen störig zu lenken, dass man eben mal so über der Wasseroberfläche hält, weißt du, dass man auch mal die Richtung sieht. Da muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Am besten mit der Leertaste. Ich wüsste jetzt aber auch keine andere Taste. Und runter geht da ja mit 10, ne? Wenn man runter möchte, kann man ja mal ausprobieren. Ja, da brauchst du nur die Maus, die Maus zu senken. Ja, ja. Aber nach oben und dann oben die Übersicht behalten, ist ein bisschen doof. Ja. Guck mal, haben wir schön gemacht. Ja, ist schon... Er muss ein bisschen schneller werden. Aber ist schon schön geworden. Ja, prima. Haben wir jetzt eigentlich alle einen Sattel gekriegt, Jo, ne? Soja. Meine hat einen Sattel. Ich bin da drauf. Ja, gut. Ein bisschen schwerfällig. Ja. Aber ist ja auch ein großes Tier. Ist ja nicht so klein wie der Bari. Ob für die bei uns in der Absperrung rein kriegen, ob die Wassertiefe reicht? Das weiß ich nicht. Das müssen wir ausprobieren. Ich kann ja dann... Sonst müssen wir tatsächlich bei dir unten nochmal was bauen, hm? Ja, nur in der Tiefe ist das immer etwas schwierig. Weil das ist wirklich nicht sehr einfach in der Tiefe zu bauen. Das Gelände, was wir da abgesperrt haben, würde ja reichen, wenn es von der Wassertiefe gut ist. Ja. 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 Das ging ja flott. Das muss noch ein Delfin. Nicht den Schuss aus. Das, die haben Delfine in Ruhe. Ja, die sind doch hinter uns. Die Frögen und so vor. Nein. Ich mag Delfine eigentlich. Ja, besonders auf der Pizza, ne? Ja, die gehen leider immer so als Beifang beim Thunfisch mit durch. Und Thunfisch esse ich ja zum Beispiel überhaupt nicht mehr, weil er total überfischt ist. Ja, mir wird leider schon... Weil mir wird leider... Ich habe Probleme mit dem Eiweiß von den Fischen. Ich weiß auch nicht warum. Also ich esse sehr gerne und viel Fisch eigentlich. Hm. Ja, ich würde auch gerne mal wieder so ein Heringsbrötchen oder so. Komm mit, ich tue. Oh, die Delfine lieben mich. Du hast viele, ne? Ja, ich habe auch drei im Schlepptau. Jetzt kommt wieder ein Ei, oder was? Ey, hau ab, du doof! Ich kann nicht so schnell wenden, du doofes Vieh! Verpiss dich! Ja, wo seid ihr denn überhaupt? Ich habe doch gar nicht gehängt. Dabei schwimme ich doch nur ganz normal. Ja, das fehlt mir jetzt noch. Weg! Hm. Ach, die Delfine haben geholfen. Gut. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man dem schleppter hat. Gott, bist du vor oder hinter mir? Hinter euch! Da kommt jemand geschwommen. Ne, das ist auch nur wieder ein Delfin. Ich sehe keinen einzigen von euch. Ich ehre mich jetzt 80-10. Warte mal. Ach, da bist du aber schon ein ganzes Stück voraus. Nee. Hä? Voraus? Hinter mir. Ein ganzes Stück hinter mir. Sag ich doch. Also ich bringe unserem Tim nach Hause, Leute, ne? Ja. Und da gucke ich gleich mal, ob ich da noch was bauen muss oder so. Ich glaube, wir müssen auch Tschüss sagen. Ja, ihr Lieben. Wir machen dann einen kurzen Break. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Wir sagen einmal Tschüss. Macht gut. Habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Gut wer? Däumchen nach oben. Abo, Glöckchen. Liebe, nette Kommentare. Konstruktive, sachliche Kritik. Dafür hauen wir euch ganz lieb. Und wir sehen uns dann weiter. Vielleicht schon dann in der scheiß verfickten Mühle. Also Tschüss. Macht's gut. Bye, bye. Das böse F-Wort. Dann geht's einem ReShell runter. Wir gut werden.